Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch einen coolen Trick mit einer Kerze und zwar werden wir sie auspusten und wieder anzünden, ohne den Docht zu berühren. Bam, nice! Und jetzt das Ganze nochmal in Zeitlupe. Nicht schlecht, das sieht richtig cool aus. Probieren wir es doch noch einmal, aber diesmal von etwas weiter entfernt. Krass, wir können die Kerze also allein am Kerzendampf wieder anzünden, denn beim Kerzendampf handelt es sich eigentlich um sehr kleine Wachströpfchen. Werden sie durch eine Flamme wieder erhitzt, solange sie noch bis zum Docht reichen, kann die Flamme entlang des Rauchs wandern und das Wachs am Docht wieder entzünden. Und genau das ist hier passiert. Eigentlich total simpel, aber trotzdem richtig cool. Übrigens ist das der perfekte Trick, um die nächste Wette zu gewinnen und funktioniert mit allen Kerzen. Wenn ihr also ein paar Euros nebenbei dazu verdienen wollt, wisst ihr, um was ihr wetten könnt. Und das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat der kleine Trick gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne liken, teilen und kommentieren oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.